Willkommen zur 11. Folge damit für Sonntag ist heute die letzte Folge, die wir heute aufnehmen. Ja. Wie viel? Ich habe 14 Sekunden, also 45 Sekunden. Ja, ich habe ca. 10 Sekunden länger als zu 40 Sekunden wiedergekickt. Ja, egal. Basti bitte, Tele, bitte nicht zu mir. Also zu mir. Also ich zu dir. Ich bin da hinter dir. Wo rennst du denn? Du rennst gleich vor von mir weg. Ja. Hä? Wer hat dann gerade was geschmeckt? Wie ist ein Enderman? Ich konnte heute nur einmal schauen. Darf ich morgens 5? Nein. Oder? Ich weiß nicht. Diese Enderman, die wollte ich mir auch holen. Hab eine Perle. Echt jetzt? Hm? Hattel, hast du auch schon eine? Ja, kaputt. Warte gleich, hast du jetzt auch schon eine Perle? Dafür habe ich die Pfeile und einen Bogen. Du hast 30 Pfeile und einen Bogen. Hast du Kohle für mich? Kohle? Ne. Habe ich nie mitgenommen. Ich hatte mal du etwas genug mitgenommen. Ich brauche aber jetzt Kohle. Dann fahm ich doch nicht Kohle. Hier sind doch überall Kohle in der Wand. Okay, dann fahr mal bitte. Nein, du. Du fahr. Ich suche noch Dias. Wir brauchen dann nur noch 7 Stück. Das ist nicht viel. Nicht viel? 7 Dias sind nicht viel. Schieben tue ich nicht nochmal. Ich habe es einmal gemacht und es reicht doch auch. Also in dem vorherigen. Die war auch schon nicht einmal geschieben bis jetzt. Ich habe ja auch einen Beweis. Von daher kann man es ja sehen, dass ich es nicht getan habe. Was rausschneide nach. Könnte, mache ich aber nicht. Ich könnte für mich schon viel Dias machen müssen. Aber ich will nicht. Wir könnten es weiter auch schon fast machen. Sieben habe ich ja. 2 Fehlreiche. Du bist schon voll. Du kannst sagen, dir fehlt da noch Schuhe. Du musst mir deine Schuhe geben. Gerade habe ich noch keine Dias gefunden. Okay, ich kann mir noch einen Goldapfel machen. Ja, guck mal machen. Dann kann man uns jeder schon mal 4 Stück geben. Okay, wo bist du? In der Stoffein im Gang hinten. Wenn du siehst, aber lau' ich locker. Aber Gott, hier seid nicht rein mit Chias finden. Ich brauche noch eine einzige Adern, wenn überhaupt. Wenn die groß ist, dann haben wir genug. Also bitte sammle ich immer Gold. Okay, bitte. Richtig. Chias sind aber auch wichtig. Nach einem bis zum Zeitpunkt. Nein, das ist nicht. Ich hoffe, ich habe bis jetzt jede Folge aufgenommen. Komplett nehme ich gerade auf. Ja. Ich dachte schon. Wir wissen unpraktisch. Naja, so schlimm wäre es auch nicht. Naja, haben wir diese Folge schon mit dir gefunden? Ich glaube, ja. Ja, ne. Deswegen wäre es ein bisschen unglaubwürdig, wenn ich die dann nachher werde. Wir haben vor 4 Minuten erst begonnen. Du hast doch keine... Du hast, glaube ich, einen hier gefunden, oder? Zwei. Einer war zwei. Von der einen war das, ja. In der Decke. Es ist zwar auch jenis ein Etwas, aber trotzdem eigentlich ist es gar nicht. Weil ihr müsst ja wissen, wir nehmen das ja gerade hintereinander auf. Also die Folge 7, das Programm habe ich doch nicht aufgenommen. Das war eigentlich viele Folgen, aber es muss sein, weil Julia die Decke nicht kann. Wird schon satt, aber irgendwie 3,25 oder 7er am Ofen gesagt. Was? Ich habe fast einen fertigen Bau. Nice. Das passiert echt über alles. Ich meine, das ist ja auch gut, aber ich würde mich erst mal über die das gerade freuen. Am wenigsten ist das dafür schon etwas nötiger. Dann wäre es was Gutes. Ja, aber es ist besser Gold, der Quiddler. Ja klar, also da kann man natürlich nicht nein sagen, aber... Trotz ist auch viel anrufen, um vielleicht auch Folgier zu sein. Die willst du ja auch trotzdem noch genug aushätten. Ich weiß ja, dass es so viel lösen, soviel die ja sind. Na und, aber dafür haben ich Gold erfüllt? Nein. Wir haben neue Gold jetzt. Die haben voll... Jeder von denen meint, da hat 4 bis 6 oder so. Ich habe sogar schon mehr. Ich weiß ja nicht, wie viele die sind. Bin ich doch keiner, weil ich... Oh, kam das so gut. Weil die hat mehr Lackhammer als vier. Ich finde es auch ein bisschen so komisch, dass sie so lachen. Haben die schon nämlich einen Chanten-Table? Ich glaube ja, aber ich bin mir gar nicht ganz sicher. Haben wir mal Gold gefunden? Ja und die Strolle mit, bitte. Hol du selber Kohle. Ja, aber wenn du das bist, dann ist es nicht. Ich sehe überall Kohle gerade. Ich bin ganz nett in der Schuhe, es ist überall Kohle in jeder Ecke. Alles gut? Ja, ja, alles nicht. Ich dachte gerade, du stirbst. Das wäre ja unpraktisch. Ja, unpraktisch, ne? So nett. Das wäre sehr dumm. Einfach so... Wobei... Na gut, ich müsste irgendwie... Die hast du schon... Was, die hier? Ja. Was denn? Oder nicht nicht. Oder nicht bei mir. Du bist zu sterb und zu, weil das ist ja praktisch. Habe ich mir gesagt. Ich habe bloß gesagt, obwohl... Obwohl. Du bist über mir gerade, du warst halt über mir. Ich bin noch über dir. Ja, dann habe ich sie dahinten. Du bist nicht weit weg, aber auch nicht nah dran. Mann, ich habe ein Pech wie sonst was gerade. Komm, ich will diese Folge noch rausgehen in die Hölle. Level-Farm. Echt jetzt? Ich will diese Folge schon enchanten Sicker. Dann haben wir jetzt schon mal... Ist aber schon mal gut vorragend. Aber wir dürfen natürlich... Dafür wollen wir dann nochmal aufnehmen. Du könntest morgen sogar fighten. Das ist erlaubt. Nur der Dienstag bis Sonnensag darf ich nicht. Darf ich nicht. Du bist ja dann nicht da. Oder du darfst ja dann nicht. Ich könnte das noch fighten einfach so. Aber es wäre Regelbruch. Dazu habe ich ja... Wie regelt es doch? Wie man es das? Weil ich dir davor schon gut... Wir nehmen ja heute Morgen die Folge auf den Dienstag. Ich muss sagen. Darf ich also gar nicht... Den nächsten Tag zocken. Das ist doch gar nicht. Das ist für uns hinten so dann immer Ruhe. Oder wie ihr nicht aktuell sind, Wissen sie jetzt trotzdem nicht, wo wir sind. Das ist ja das Gute daran. Wir können zwar unseren Gang finden, aber hier sind wir... Das ist vom Ende hin, nee. Ich hab schon... Nachrichten-Ton. Ja, was ist die? Geil. Egal, das ist einfach drinnen. Leute, Leute, Daumen hoch für den Ton. Was ist... Wann hast du das Illuminati-Ton? Illuminati ist von... Äh, von Hangout Games. Das geht wohl besser. Ich hör dich einfach. Oh. Hi. Ich hab noch fünf Stück dabei. Nee, ich hab noch vier Bergleiche dabei. Aber noch fünf? Trotzdem. Vier. Hör doch auf, mich zu schlagen. Nee, ich verdiene. Nee, nicht verdienen. Was? Ich hab fast gar kein Essen mehr. Den geht auch hoch und hol neu. Ich brauch unten so viel. Vicky, du wirst doch nicht einfach so... Wo? Weiß nicht. Oh, das Lade. Scheiße, ich spanne. Das soll doch irgendwas sein, ne? So, jetzt sind wir wieder. Und ja, kurzer Cut gerade. Oh, das heißt, ein kurzer OBS war irgendwie nicht mehr. Er hat sich geschlossen. Oh, nicht schlecht. Das war's. Ich hab zwar gesagt, man darf nicht Cutten, aber ich konnte es ja machen. Mein OBS hat sich geschlossen, einfach. Sorry. Dafür ist aber kein Zweck. Ich kann dann nicht dafür, wenn mein OBS sich einfach schließt. OBS. Ich bin ja nicht so mit Cutten, von daher. Cutten ist ja lauf, wie man will. Ich hab ja nicht so geschrieben. Ich hab nur gesagt, mir wäre es vielleicht über, wenn man so nach, dass man nur dann Karte wenn irgendwie abschmiert oder so. Bei mir ist ja gerade abgeschmiert. Ich hab zwar keine Beweise dafür, aber es ist halt so. Naja, wie kann man da einen Beweis haben, hä? Ja. Wenn man aufnimmt, dann, dann, wenn es dann abstützt, dann zieht man einfach nicht mehr. Aber das ist ja kein Beweis. Eben, da kann man letztlich was beweisen. Also. Da kann man generell nichts beweisen. Ich fand ich nicht die ganze, diese scheiße Knochen. Dias. Echt jetzt? Ja. Aber da hab ich nicht genug, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. 9, 10, 11. Nein! 2 und 11. Also insgesamt 11 hab ich jetzt. Ich bin auch 3 Diamonds. Jetzt sind wir fertig. Und wir haben vielleicht die Folge doch nicht mehr geschafft, die zu finden. Ich hab jetzt einfach so ein Eisenspeck, ey. Es ist schon, in 5 Minuten muss ich weg. Ich weiß es, die Folge geht noch 2 Minuten. Bei mir 11, achso. 11 Minuten? Ich hab noch einmal auf 2 Minuten. Ich war irgendwie gerade im Markt, ich stand von mal 11 und 2. Gut. Ich hab noch mal auf 2 Minuten. Auch nicht schlecht. Ja. 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 Cheater, 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 cheater. Das wird auch jetzt ein Scheiße. Wie lange wir schon Dias fahren, das ist echt Pech gerade, wie lange Pech wir haben. Ja. Aber das ist, äh, die letzte Fall war dann die letzte Farm-Folge, werden wir da, sonst finden wir sie auf die restlichen. Das sind 3 Stück, die wir noch brauchen jetzt. Wenn überhaupt. Vielleicht werde ich mich erinnern, wir haben schon sogar genug Dias. Ich weiß ja nicht, ob du noch bei dir welche hast? Nee. Na gut, dann. Hier ist die Schlucht. Hm, prächtig. Man, noch 50 Sekunden. Ich klicke halt, ob wir es nicht geschafft haben, unser Ziel. Ich würde jetzt mal wenigstens schon mit den restlichen Dias ausladen, dass wir die noch wenigstens haben. Naja, lass das dann mal ausladen. Dias. Ich will ja einmal abwärtsen. Ich. Hier haben sie. Abbauen. Ich. Lass einfach abbauen. Ja, dann war du. Aber ich stoppe die meine... Äh, warte. Das sind sogar mehr, als wir brauchen. Fünf. Hab ich. Hier. Warte, glaub mir die ganz schnell. Hört auf zu schlagen. Hab ich. Ja, was brauchst du? Die Schuhe brauchst du noch, ne? Ich brauch... Komm her. Hier hast du deine Schuhe. Ich setz mir schon mal meinen Helm auf. Okay, danke. Ich hab Vollrüstung. Zieh dir an. Zieh dir die Rüstung an und wirf deine Eisenrüstung weg. Ne, ne, ne. Die behalte ich. So, ich mach schon mal die Diapik. Ich muss sogar, dass ich jetzt nicht aussage, wenn die... Das ist dein Job. Hier, ich stoppe sie dir schon. Achso. So, dabei. Dann würdest du sagen, was ist das aus meiner Sicht? Natürlich auch aus ihrer Sicht. Da wird der auch gleich gekickt. Ja. Dann würdest du sagen, tschö mit Ö. Tschö. Tschö.